Hey, meine Rabauken, jetzt sehe ich noch ganz normal aus, aber sobald ich einmal faile, wird sich das ändern. Ich werde zu einem Baby, ich werde zu einem Opa und noch viele weitere Sachen, die in der heutigen Folge passieren werden. Also bleibt auf jeden Fall dran, wir haben sehr viele Stages. Es beginnt mit Super Easy, na ihr seht das, wir sind hier bei Super Easy. Dort haben wir Easy, das ist normal, hier sind wir schon bei Hard und wartet mal, ah hier, genau, hier ist Pink Super Hard und irgendwo ist dann hier, das ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen, das scheint mir alles auch, also wenn das hier schon Easy ist, hä, die Sprünge sind doch, Hä, das ist doch anders schwer schon, das soll super easy sein, aber weiß ich nicht. Haben wir schon mal ohne Fail geschafft, ist schon mal gut Leute, machen wir weiter. Okay, die sind komplett easy, da kann nichts schief gehen, zack, Hammer. Die scheinen auch sehr, na, ja, ja, man soll natürlich den Tag vor dem Abend nicht loben, wie kann es nicht sein, dass ich so früh im Video schon feile, das ist ja bitter. Okay, das sind auf jeden Fall klassische Shift Locker, machen wir locker flockig, als hätten wir nie was anderes gemacht. So, Shift-Log raus und jetzt gehen wir hier weiter. So, zack. Und was denn das hier? Anderer Weg skippt drei Stages. Portal wird dir helfen. Ja, nö, braucht man nicht, Leute. Wir rasieren hier einfach. Die hat anders Stress. Habt ihr das gesehen? So. Ja, diese Shift-Log-Dinge habe ich geübt. Die kann ich. Ich behalte mal Shift-Log drin. Ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher. Oh, das ist super easy. Weiß ich alles nicht hier. Weiß ich nicht. Abgeschlossen. Super einfach. Ihr seht, wir sind jetzt im Schwierigkeitsgrad. Easy. Hier ist der Pfeil. Easy. Gucken wir mal. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen weiter. Schafft die das? Ich bin wirklich gespannt, ob sie es schafft. Oh, sie hat es gemacht. Oh Gott. Das war an... Oh Gott. Wieso backt man denn da so? Was ist denn das? Alter, das ist nicht ohne. Okay, warte. Wir können skippen machen. Skipper. Nice. Das war ein Skipper. Hammer. Weiterer Checkpoint. So. Jetzt das gleiche in rund. Sollte eigentlich relativ easy sein. Oh, ich sollte mir mehr Zeit nehmen. Ich bin hier zu schnell. So. Jetzt hier über diese Säulen. Und haben wir... Ach so. Warte mal. Das war eine optische Täuschung. Ich dachte, da unten ist der Checkpoint. Ne, warte. Okay. Okay, jetzt den Jump hier. Das ist ein Shift-Locker. Hammer. Und rein da. Hammer. So. Ach, das ist auch ein Shift-Locker. Die kann ich. Da bin ich ein übelster Profi. Diesen seitlichen hochspringen. Stufe 14. So. Warte. Ah, das ist hier mit diesen... Das kenne ich. Warte. Das ist das hier, ne? Oh. Ja, so ging das. Ich wusste es doch. Aber ich bin runtergefahren. Aber ich wusste eigentlich, wie das geht. Das hier scheint ja komplett schwer zu sein. Hier ist eine übelste Gruppen-Bolognese, ey. Oh, hab ich. Und weiter hab ich. Weiter hab ich. Oh Gott. Oh Gott. Kari Nuda, Alter. Hau mal ab, ey. Danke. Oh. Nice. Und das gleiche nochmal. Aber ich seh nicht. Oh Mann, man sieht nichts. Egal. Blind. Oh, blind geschafft. So ein Ding nämlich. Boah, das haben wir jetzt viele Leute überholt, ne? Ja, okay, geht. Wir sind immer noch relativ weit hinten. Aber wir haben... Oh, ja, geht. Wir haben schon ein paar überholt, ey. Erst zwei Fails. Das passt auch. So. Okay, das ist... Okay. Na, das sollten wir schaffen. Das ist, glaube ich... Nein. Große Schnauze gehabt. Nix dahinter, Leute. Mann, das ist für mich, dass man nichts sieht, wo man hinjumpt. Boah. Oh, da ist... Das war... Oh. Das war eine Falle da hinten, diese Schweinepriester, ey. Nice. Wir sind bei normal. Wie viel haben wir jetzt? Oh, jetzt sind wir schon an ein paar... Oh, guckt mal, wie viele hier stacken. 16, 16, 16, 16, 15, 15, 15, 15. Das ist so eine übelste Grenze, wo voll viele reinfällen. Das sind halt im Grunde immer Shift-Locker, die aber schwerer halt werden, ne? Aber wir machen das. Wir machen das. Wir sind, was das angeht, relativ... Oh, wirklich. Wie machst du sowas schwer? Einfach 15 Mal hintereinander denselben Jump. Oh. Okay. Warte. Das dürfen wir hier... Ach, okay, okay. Das war kein Fail, Leute. Ich bin nicht runtergefallen. Also, ich bin schon runtergefallen, aber ich bin nicht gestorben. So, Hammer. Okay. 24K Bonjour. Batman. Ja, das war auf jeden Fall nix, Alter. Ich glaube, man muss das schnell machen, damit man keine Möglichkeit hat, auf diesen Dingern zu baggen. Ha, Bonjour. Ich hab's. Ah, Giff, hey. Ach nee, es ist das wieder. Warte mal, wir haben das gerade hinbekommen. Wir kriegen es nochmal hin. Ja, First Try. Was ist denn das jetzt? Um der Ecke? Ich hab das noch nie um der Ecke gemacht. Oh. Ja. Boah, ich hätte nicht gedacht, das wird das First Try, ne? Und geil. Bam. Warte geht's. Äh, wir skippen wieder ein. Oh, nein, Mann. Das sind schon sehr schwere Shiftsprünge jetzt hier, Leute. Bin ich ehrlich mit euch. Aber wir schaffen das lockerflockig. To the bockig. So. Boah, hm. Zwei Stages skippen. Boah, wenn ich mir das so angucke, fühle ich das eigentlich schon, ne? Da oben ist aber schon die rote Stage. Na, wir probieren mal, wie das hier geht. Na, das kann man ja skippen, ne? Okay, das war easy. Aber jetzt wird's hier, jetzt wird's hier complicated. Jetzt wird's hier kompliziert, ey. Wie macht man denn das? Einfach so? Eier, der war ja über easy. Ja, au, verwegen easy. Man muss den echt von ganz unten scheppern, den Sprung. Was ist das denn für ein Sprung? Den soll man machen. Vor allem da oben ist auch noch so ein Nippel. Seht ihr den? Diese, dieses Teil hier. Warte, ich muss mal kurz hier. Das hier. Jugend, Alter. Na, okay, wir probieren's, aber das ist auf jeden Fall ein heftiger. Ja, verkackt. Verdammt! Oh, ich hab ihn. Jawohl. Nice. Jetzt hier einfach da. Ach, jetzt muss ich hier oben drauf quasi. Warte mal. So. Jetzt einfach gut in der Vogelperspektive. Damit kann man die Sachen immer ganz gut hitten. Hammer. Zweimal diesen Kacksprung jetzt hintereinander. Welcher Platz sind wir denn überhaupt? Okay, wir sind schon arschweit vorne. Weil die, wie viele hier Leute hinter uns sind. Warte mal, wo ist Bonjour? Hier. Die hängt bei 19, also, ne? Wir haben die gut abgehangen. So. Das ist jetzt halt ein Kacksprung, ne? Wir geben aber unser Bestes. Oh, verdammt. Okay, okay, okay. Ich hab ihn jetzt noch mal ein bisschen an der Stelle hier davor geübt, weil das ist ja der gleiche... Oh. Warte, jetzt können wir ihn noch mal üben. Wartet. Ich mach ihn. Pass auf. Ah, sieh, ich hab ihn jetzt drauf. Ich hab ihn drauf. Ich hab ihn drauf. Jetzt muss ich nur noch da hinkommen, dann sollten wir es schaffen. Der Typ, der jetzt zwischenzeitlich bei mir war, ist entweder gequittet oder hat sich... Ist er vor mir? Dann hat er sich gekauft. Weil er hat's auf jeden Fall nicht geschafft. Da ist er, glaub ich. Das ist der. Der hat sich da anders durchgekauft für Robuxen, Junge. Okay, egal. Wir wissen, wie's geht. Wir wissen, wie's geht. Nein, Mann. Ich hab's doch geübt, ey, Benson. So, richtig nah ran. Go. Boah, ich denk, das ist sogar noch einer mehr. Kann das sein? Wartet mal. Lass mal zählen. Lass mal zählen. Lass mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eins breiter. Das ist nicht derselbe Sprung. Oh, nein. Ich hatte es und dann auch wieder nicht. Aber ich hab's rausbekommen. Ich hab mir so ein Profi-Gamer-Video angeschaut. Leute, jetzt bin ich da. Ich bin am Start. Ich weiß, wie's geht. Man muss da so ein bisschen reinglitschen in den Shift-Lock. Und dann schafft man's. Pass auf, ich mach's nochmal. Äh, pass auf. Und. Ja, okay. Ich darf jetzt halt nicht mehr doppelt springen, ich, Idioten-Kind. Ey. Wartet. First try jetzt. Also. Also. Hö. Sie hat's geschafft. Sie hat's bei mir abgeguckt. Safe. Ja. Easy. Und. Hau ab, Alter. Du blockierst mir die Sicht. Nein. Ich hab zu spät Leertaste gedrückt. Ey. Ich hab ja wirklich schon viele Schwere gespielt, ne. Auch mit die schwersten, die es gibt. Aber das hier ist wirklich unmenschlich schwer. Oh, oh. Das war perfekt eigentlich für den Jump, ne. Aber ich hab leider nicht gejumpt. Das war so ein bisschen das Problem an der Jumperei. So. Ja, ich hab's geschafft. Ja, Jebi. Das war so schwer, Alter. Hä, sind die gleich lang? Es kam irgendwie so vor, als ob das war eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also. Das ist wirklich gleich lang. Es kam sofort, als ob der zweite schwerer wäre. Hart. Wir sind im Harten, im Roten. Mein Gott. Ich hab irgendwie Bock hier, die in... Leute, was soll's? Portal. Okay. Finish. Wie? Das muss ich jetzt schaffen, oder was? Das sieht mir sehr schwer aus. Das sieht mir eigentlich nicht sehr schwer aus. Das sollte doch eigentlich machbar sein, oder? Warte mal. Wenn wir hier direkt schräg dranspringen. Ja. Ja. Ich hab's ein bisschen anders vorgestellt. Warte. Diesen machen. Okay, warte. Jetzt haben wir da ein bisschen rumgepackt. Kann man da schräg dranspringen? Das müsste aber eigentlich gehen. Verdammt. Okay, warte. Dann machen wir's anders. Machen wir so. Dann muss man doch auch, warte mal. Wie ist hier die beste Taktik? Macht Sinn, da einmal um dieses Ding drumherum. Um zu spuggen? Oder macht Sinn, da direkt an der Seite drauf zu springen? Boah, ich denke, drumherum zu spuggen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja, das ist gut. Das ist gut. Los, komm. Oh, er schafft es nicht um die Ecke, Mann. Was bin ich hier? Jetzt kann ich jumpen. Nee, kann ich nicht. Verdammt. Ah, genau so hab ich's mir vorgestellt. Genau. Ja, genau, genau, genau. Und jetzt diesen. Ja, 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 ja. Und... Nein! Ja, wichtig, 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 wichtig. Hä? Oh, no! Wieso kann man denn da nicht drüber springen? Was ist das denn? Man muss immer warten, da kann man auch jumpen. So. Okay, da muss man anscheinend dran vorbeispringen. Hammer. So. Geschafft. Check, 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 checkpoint. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns in der roten, harten Stage. Aber wir sind... Ey, wir sind Zweiter, ne? Wir sind Zweiter des ganzen Servers. Müsst ihr euch mal überlegen. Das sieht mir ziemlich unschaffbar aus, muss ich ehrlich sagen. Was, muss man diesen machen, oder wie? Junge, wie soll man das denn schaffen? Nein, 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 nein. So, oder was? Junge, never. Oh, ich habe den ersten geschafft, Leute. Ey, das ist doch nicht so schwierig, wie ich dachte. Ah, verkackt beim dritten Sonne, Scheiße, ey. Oh Gott. Der letzte, der letzte, der letzte, Leute. Dann haben wir es. Ach, jibbi. Das müsste eigentlich auch relativ easy sein. Wartet. Und... Ja, na gut. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Ja, easy. Ohne Witz. Dies ist meine Spezialität, ne? Ich sage es euch, wie es ist. Ähm... Okay, jetzt müssen wir hier... Wie funktioniert denn das? Wie zum Teufel soll ich da hochkommen? Hä? Wie soll das denn gehen? Oh mein Gott, ich hatte es, denke ich. Ich habe es. Ich bin so eine Orbi-Maschine, Alter. Das ist doch geil. Okay. Ja, die Sprünge kennen wir ja, ne? Die sind auch abnormal schwer. Mancher will ich es gar nicht auf den ersten abzukürzen, indem man da von oben drauf springt. Ja, das kannst du ja auch komplett vergessen, Leute. Also, dass ich den Sprung schaffe, weiß ich nicht. Ja, das ist meine Spezialität, Leute. Boah, da habe ich den Dreh inzwischen krank raus, seid ehrlich. Junge, guckt euch das an. Da bin ich. Was steht hier? Äh... Ah, mehr schwierige Pfade werden in Zukunft geedit. Okay, aber wurden halt inzwischen. Also, normalerweise wäre ich jetzt am Ziel. OG-mäßig wäre ich am Ziel. Aber es geht hier... Oh, das war knapp. Es geht hier weiter. Was sind das denn für Sprünge, Alter? Das verstehe... Ich verstehe doch auch die Welt nicht mehr. Einfach dann in die Mitte springen? Oder was ist jetzt hier der Plan? Und jetzt einfach hochklettern? Oh ja. Jetzt sind wir in einem Gaming. Ach, das ist ein Secret. Hier muss ich gar nicht hin. Warte mal, aber jetzt können wir theoretisch doch. Was steht hier? Äh, das ist ein Game. Bla, bla, bla. Okay, ciao. So, wenn ich jetzt hier... Wartet. Ja, okay. War klar, dass das nicht klappt. Das wäre auch zu schön gewesen, ey. Okay, ersten Hammer. Ersten Hammer. Zweiten Hammer. Zweiten Hammer. Dritten Hammer. Geil. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, das erinnert mich komplett an Minecraft, ne? Oh, okay. Ja, das ist überschwer. Oh. Schade, ich dachte, mit so ein bisschen rumgezappt, ne klappt's. Vielleicht einfach so? Vielleicht ist das gerade einfacher. Okay, ich denke, ich habe den Dreh raus. Ich bin doch in der Maschine, Leute. Seid ehrlich. So. 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 Oh, First Try wäre aber auch so geil o Medico gewesen, ne? Mann, ey. Super hard. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass das super unmöglich ist und dass wir das auf jeden Fall nicht machen werden. Ich hoffe sehr, euch hat die Manipulations-Facecam-Episode-Prag gefallen mit verschiedenen Filtern. Vielleicht auf jeden Fall den Like und den Abo-Button würde ich mich sehr darüber freuen. Eine positive Bewertung abgeben. Immer wieder gut. Bis morgen. Euer Ben Song. Ciao.